Unter Maasfeld ist eine kreisangehörige Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen im fränkisch geprägten Süden von Thüringen. Erfüllende Gemeinde für Unter Maasfeld ist die Stadt Meiningen. Geografie Unter Maasfeld liegt vier Kilometer südlich der Kreisstadt Meiningen an der Wehrer. Nördlich des Ortes mündet von links die Südze in die Wehrer. Geschichte Unter Maasfeld wurde im Jahr 837 erstmals urkundlich erwähnt. Die Wasserburg Maasfeld ist erst in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nachweislich genannt worden. Eine Urkunde von 1350 besagt, dass die Gebrüder Truchses dem Bischof von Würzburg eine Befestigung eröffneten. Diese gesicherte Erwähnung ist aus dem Jahr 1375. Witwensitz der Henneberger Gräfin Katharina wurde die Weste im 15. Jahrhundert. Die Verpfändung der halben Burg Henneberg von der Schleusinger an die Röhmhilder Linie der Grafen von Henneberg im Jahr 1393 hatte wohl die Verlegung. Der Vogteil Henneberg auf die Burg Maasfeld zur Folge. Bis 1429 vollzog sich hier die Bildung des neuen umfangreichen Amts Maasfeld. Nach dem Tode des Grafen Georg Ernst von Henneberg im Jahre 1583 teilten sich die Albertiner und Ernestiner per Vertrag das Erbe. Der Ort kam 1680 an das Herzogtum Sachsen-Meiningen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg Maasfeld 1646 zerstört, später wieder befestigt, aber als Festung aufgegeben. Seither diente sie als Strafanstalt. Unter Maasfeld war 1600 bis 1671 von Hexenverfolgungen betroffen, fünf Frauen gerieten in Hexenprozesse. Gertraud, Hans Storans Frau, wurde 1631 enthauptet. Politik Gemeinderat Der Gemeinderat aus Untermaasfeld setzt sich aus zwölf Ratsmitgliedern zusammen. WG FW VLT sieben Sitze FW Untermaasfeld drei Sitze WB Untermaasfeld eins Sitz Die Linke eins Sitze Bürgermeister Der ehrenamtliche Bürgermeister Albrecht Schmidt wurde am 27. Juni 2004 gewählt. Verwaltung Erfüllende Gemeinde für Untermaasfeld ist die Stadt Meiningen Wappenblasonierung Gefährt in 1 und 4 in schwarz ein silbernes Gitter in 3 in Gold auf grünem Dreiberg eine rot bewährte schwarze Henne in 4 geteilt. Oben in Gold ein wachsender schwarzer Doppeladler, unten von silber und rot in drei Reihen zu fünf Plätzen geschacht Bauwerke. Bekannt ist Untermaasfeld vor allem durch sein Wasserschloss. Dieses dient noch heute seit seiner Einrichtung im Jahr 1813 als Zentralstrafanstalt des Herzogtums Sachsen-Meiningen als Justizvollzugsanstalt. Die Belegungszahl von bis dahin durchschnittlich 250 Personen erhöhte sich in der Zeit des Nationalsozialismus drastisch. 1935 wurden 551 Gefangene gezählt. 1936 erfolgte eine Aufstockung und der Bau von Nebengebäuden, sodass in den Kriegsjahren über 1500 Personen, unter ihnen eine große Zahl Zwangsarbeiter, inhaftiert waren. Ein Gräberfeld auf dem Friedhof erinnert an 51 umgekommene Gefangene. Für 49 politische Häftlinge der sowjetischen Militärjustiz, die 1950 bis 1952 in Untermaasfeld an Hunger und Krankheiten starben, gibt es einen Gedenkstein auf dem Parkfriedhof Meiningen. Punkt. Am nördlichen Ortsausgang überquert eine fünfbogige Steinbrücke aus dem Spätmittelalter die Wehrer. Punkt. Dorfkirche Untermaasfeld Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaft im Nordwesten des Ortes befinden sich mehrere große Teiche, in denen Fischzucht betrieben wird. Im Süden liegt ein in den 1990er Jahren angelegtes Gewerbegebiet. Größter Arbeitgeber ist die JVA Untermaasfeld. Verkehrsanbindung Untermaasfeld liegt an der Bundesstraße 89, besitzt einen Haltepunkt an der Wehrer-A-Bahn und hat dort Verbindungen zu den Bahnlinien Meiningen. In Sonneberg und Meiningen-Erfurt. Der nächstgelegene Autobahnanschluss ist die fünf Kilometer entfernt gelegene Anschlussstelle Meiningen-Süd der A71. Kultur und Sehenswürdigkeiten Persönlichkeiten Der Schriftsteller und Numismatiker Johann Christoph Rasche, Herausgeber des Lexikon Universi Rhein-Numarie-Veterum, war von 1763 bis 1805 Pfarrer in Untermaasfeld. Hermann Oland war ein deutscher Pädagoge, Pfarrer, Liederdichter der Deutschen Christen und NSDAP-Mitglied. Der Schriftsteller Walter Werner lebte bis zu seinem Tod 1995 in Untermaasfeld. Sein Grab befindet sich auf dem dortigen Friedhof. Geschichtsdenkmale Zwei Gedenksteine im Ort erinnern an 17 Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, die beim Kali-Bergbau in Merkers ums Leben kamen, sowie an 107 Bürger der Vereinten Nationen, Fossilien-Fundstädte. Die etwa eine Million Jahre alten Fossilien aus dem Flussbett der Urwera bei Untermaasfeld erlauben tiefe Einblicke in die Tierwelt des Eiszeitalters im Altpleistozen. Es handelt sich um eine der bedeutendsten und reichhaltigsten Fossilfundstellen ihrer Zeitstellung in Europa. Die Fossilfunde überliefern eine sehr reichhaltige Großtierfauna zu dieser Zeit. Zu den Großraubtieren der Fundstelle gehören etwa zwei verschiedene Säbel-Zahnkatzen, der europäische Jaguar, der europäische Puma, eine ausgestorbene Gepardenart, eine ausgestorbene Luchsat, die Riesenhyäne, ein Wildhund, Senesien, Laika, Onoides, Wölfe sowie Vorfahren des heutigen Braunbären, menschliche Überreste wurden nicht gefunden. Vereine in Untermaasfeld Liedertafel Untermaasfeld 1888 e.V. Größter Verein im Ort bestehend aus drei Vereinsgruppen. Feuerwehrverein Untermaasfeld 1924 e.V. Burg- und Heimatverein e.V. Sportverein SV Untermaasfeld e.V. Schützenverein im Wehretal e.V. Verein der Garten- und Siedlerfreunde Teichgrund Untermaasfeld e.V. Landfrauenverein Seniorenclub des DRK 1-8,50 m 3-5,50 m 8-6, voelle